Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert. Hier ist eine neue Folge. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. Und bevor wir in diese Folge einsteigen, schon mal ein Hinweis. Die Senderei Echtzeit neigt sich allmählich dem Ende zu. Am 30. Juni, das ist ein Sonntag, werden wir die letzte Folge veröffentlichen. Und an den drei Sonntagen davor heißt es, Deine E-Mail, meine Ermutigung. Ich lade Dich ein, mir eine E-Mail zu schreiben an echtzeit.erf.de, um mir ein bisschen was von der Situation, der Fragestellung zu schildern, für die Du konkret Ermutigung brauchst. Unter allen Einsendungen wählen wir uns drei aus für diese drei Sonntage und werden das selbstverständlich anonym handhaben. Und ich werde versuchen, dann Ermutigung hineinzusprechen in Deine konkrete Situation. Also, die ersten drei Sonntage im Juni schreib mir eine E-Mail an echtzeit.erf.de, Deine E-Mail, meine Ermutigung. Mail am besten schon jetzt schreiben und im Juni vielleicht wird Deine Frage, Deine Fragestellung ausgewählt. Und dann reden wir darüber in einer der Echtzeit-Folgen, die wir dann ausstrahlen. So, aber jetzt zur heutigen Folge. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das ist so ein Satz, der kommt irgendwie in fast jeder Gerichtssendung, in jedem Thriller, in jedem Krimi vor, die irgendwo irgendwie jemand den Eid schwört vor Gericht, nur die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Und ich glaube, Gottes Hilfe brauche ich tatsächlich, um die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Denn ohne Gottes Hilfe, da lasse ich schon mal gerne was weg oder lege mir was zurecht oder verbiege so ein bisschen, vielleicht nicht gerade als Lüge, aber so, dass ich ein bisschen besser dastehe und dass es mir in den Kram passt, das kriege ich meistens schon ganz gut hin. Und eigentlich will ich das gar nicht. Wie ist das, wenn wir gar nicht so genau wissen, ob das, was uns durch den Kopf geht, auch tatsächlich Wahrheit ist? Oder vielleicht nur ein Gerücht? Oder vielleicht sogar, ohne dass wir das wüssten, eine Lüge? Wie gehen wir eigentlich mit den Informationen um, mit den Dingen um, mit den Berichten um, von denen wir nicht so richtig wissen, ob sie wahr sind oder nicht? Die meisten Menschen tun sich relativ leicht, das einfach weiterzuerzählen, einfach weiterzureichen. Beim Klatsch und Tratsch, auf sozialen Netzwerken, im persönlichen Gespräch mit anderen. Und die Bibel ist da aber sehr klar und sehr prägnant. So ein bisschen wie ein Meme bei Instagram, wo alles in einen Satz kondensiert wird. Und diesen Satz finden wir im Buch der Sprüche im Alten Testament als Anstoß, als Provokation, als Erinnerung, als Mahnung, wie ein Meme halt so sein kann. Heute, in der heutigen Folge, das Meme finden wir in Sprüche 13, Vers 5. Und dort heißt es nach der Guten Nachricht Bibel, ein guter Mensch hasst die Lüge, ein schlechter setzt Gerüchte in die Welt. Nochmal, ein guter Mensch hasst die Lüge, ein schlechter setzt Gerüchte in die Welt. Wie immer bei den Memes im Buch der Sprüche formuliert die Bibel hier plakative Pole. Also es wird nicht ausdifferenziert, es gibt keine Kriterienliste, was genau ist ein guter Mensch, sondern es wird einander gegenübergestellt. Ein guter Mensch, ein schlechter Mensch. Ein guter Mensch hasst die Lüge, ein schlechter setzt Gerüchte in die Welt. Also die Bibel hält sich da nicht mit genauen Definitionen auf. Weil es am Ende auch keine Rolle spielt, wie man das ganz genau definiert, sondern die wichtigste Frage, die bei diesen Polen im Raum steht, ist, was möchtest du eigentlich, wie willst du leben? Wonach möchtest du dich ausrichten? Wie möchtest du sein? Möchtest du ein guter Mensch sein oder ein schlechter Mensch? Nach welcher Seite lehnst du dich in deinem Verhalten, in den Gedanken deines Herzens, in deinen Motiven? Und dann sagt die Bibel, ein guter Mensch hasst die Lüge. Da bin ich erstmal drüber gestolpert. Gut sein und hassen? Pass das zusammen? Schließt sich das denn nicht gegenseitig aus? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr denke ich, nein, an manchen Stellen gehört das tatsächlich zusammen. Wenn wir Hass verstehen als eine tiefe Ablehnung, als ein entschiedenes Entgegentreten gegen Dinge, die nicht in Ordnung sind, ein aktives Entgegenwirken. Es gibt Dinge, bei denen das gefordert ist, wenn du ein guter Mensch sein willst. Beim Missbrauch zum Beispiel. Bei Rassismus. Wenn der Schwächere oder die Schwächere untergepflügt wird von den Stärkeren. Wenn du ein guter Mensch sein willst, dann kannst du nicht zuschauen, wie das Unrecht triumphiert. Nein, dann ist Hass gefragt. Nicht gegen Menschen, aber gegen ungerechte Zustände. Das darfst du als guter Mensch nicht nur hassen, sagt die Bibel. Nein, das sollst du sogar hassen. Und dazu gehört auch die Lüge, das wissentliche Verbreiten von Unwahrheit, von Dingen, von denen wir genau wissen, dass sie nicht stimmen. Ein guter Mensch hasst die Lüge. Wer es bewusst Wahrheit und Unwahrheit verdreht, wer Schwarz-Weiß nennt und Weiß-Schwarz und genau weiß, dass er das tut, der lügt. Und ein guter Mensch hält davon maximalen Abstand. Er tut es nicht. Und da, wo er es mitkriegt, duldet er es auch nicht. Ein guter Mensch hasst die Lüge. Und jetzt der andere Pol in diesem Meme, in diesem Vers aus dem Buch der Sprüche. Ein schlechter Mensch setzt Gerüchte in die Welt. Also Dinge, von denen er selber gar nicht so genau weiß, ob die jetzt stimmen oder nicht stimmen, aber er hat sie gehört und vielleicht stimmt sie auch und irgendwie kitzelt es auch ein bisschen und kribbelt und klingt auch irgendwie interessant. Und manchmal machen sich ja Menschen, die Gerüchte verbreiten, auch einfach selbst interessant. Ich weiß da übrigens was. Ich bin da übrigens der, der was weiß. Und der Mensch, den dieser Vers hier charakterisiert in der Bibel, ist jemand, dem ist das in die Welt setzen wichtiger als der Wahrheitsgehalt. Also lieber mal ein Gerücht raushauen, als sich genau überlegen, ob da wirklich Wahrheit dahinter steckt. Und ich glaube, unsere Welt wäre tatsächlich ein besserer Ort, wenn wir uns alle an diesen Vers, an diesen Satz aus dem Buch der Sprüche halten würden. Wenn wir keine Gerüchte in die Welt setzen würden. Unsere sozialen Netzwerke wären ein besserer Ort. Unsere Gespräche beim Kirchencafé über die anderen, die gerade nicht dabei sind oder am Arbeitsplatz auch. Wollen wir nicht unsere Welt zu einem besseren Ort machen? Also was darf es sein? Die Lüge hassen oder Gerüchte in die Welt setzen? Vielleicht geht es dir wie mir und du weißt jetzt sehr klar, wie du dich entscheidest, was von den beiden du willst. Aber in der Hitze des Gefechts, in dem Gespräch in der Gruppe, ist es gar nicht so einfach, die Lüge zu hassen und keine Gerüchte in die Welt zu setzen und sich nicht an Klatsch und Dratsch zu beteiligen. Und weil es nicht so einfach ist, lade ich dich ein, dafür zu beten. Gott hilft uns sehr gerne, glaube ich. Wie immer bei Echtzeit kannst du das, was du mich sprechen hörst, in deinem Herzen zu deinem Gebet machen und das Gott sagen, dass du das auch meinst und ernst meinst. Ich glaube, wenn du es ernst meinst, dann wird Gott dich auch ernst nehmen. Okay? Wir beten. Jesus, du bist die Wahrheit. In Person. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Du hast nie Gerüchte in die Welt gesetzt und du hast dich auch nicht daran beteiligt, wenn deine Jünger über andere geredet haben, wenn Klatsch und Dratsch eine Tagesordnung war und trotzdem warst du nie langweilig. Und wenn ich das so von dir wahrnehme und von dir lese, in der Bibel, Jesus, dann will ich das auch. Bitte hilf mir, die Lüge zu hassen. Bitte hilf mir, keine Gerüchte in die Welt zu setzen. Bitte hilf mir, wahrhaftig zu sein, in dem, wie ich lebe und was ich sage. Und alleine kriege ich das nicht hin, aber du hilfst mir gerne. Bitte tu das. Amen. Was ist so deine Situation, in der du Gottes Hilfe am meisten brauchst, um nicht Gerüchte in die Welt zu setzen und um die Lüge zu hassen? In dem Sinn, wie wir jetzt heute in dieser Echtzeit-Folge darüber gesprochen haben, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich würde dir das gerne nochmal als Ermutigung mitgeben in die nächste Zeit. Lügen und Gerüchte richten schon genug Schaden in unserer Welt an. Sei nicht die Person, bei der sie beginnen. Sei die Person, bei der sie enden. Du bist eine Person, die unter Gottes Segen unterwegs ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Ein Podcast mit Jörg Dechert Ein Podcast mit Jörg Dechert und zwei Aktivandro aus dem ich sage kleineversicher 志 ist dé